Christina, Atapistia. Ah, das ist ja hübsch. Christina ist die schönste Kuh auf der Hand. Die macht auch den besten Käse im ganzen Teil. Möchtest du das immer kosten? Ja, gern. Dann musst du zum Lidl gehen. Zum Lidl? Ja, der kauft leider das Beste für seine Kunden. So wie den Käse von meiner Kuh. Zum Lidl. Hört sich gut an.